Guten Abend. Guten Abend. Wie man sieht, ein sehr sportliches und kulturelles Sport. Wie warst du beim Snowboardfahren? Super. Wer fährt denn besser? Ich, glaube ich. Ich glaube, ich fahr besser, aber das wäre normal. Ich bin dreimal im Abhang runtergefahren, ohne runterzufahren. Ohne hinzufahren. Respekt, eigentlich hat sie doch recht. Das erste Mal? Respektable Leistung. Das erste Mal, ja. Und du auch das erste Mal? Nach einer Stunde so, ja. Wie Sie sich verstanden haben, werden wir gleich erfahren, denn nach Ihrer Rückkehr haben wir Sie getrennt voneinander. Also ihr habt sehr gut verstanden. Ja. War lustig. Also hat sie dich überwältigt mit ihrer Begeisterungsfähigkeit? Ja, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Sie hat so viel Energie, so ist wirklich begeisterungsfähig. Nach kleinen Tiefen, zehn Minuten später, war sie wieder voll dabei. Ihr werdet euch wiedersehen. Auf jeden Fall. Wo? Er wollte mich mal in Hamburg irgendwann bezogen kommen. Auf der Rewa-Bahn. Das wird sich zeigen. Ja, es war froh. Ja, es war für mich. Und Günter'